Wir tun ja immer so, als wären die jugendlichen Maßmenschen. Vergessen dabei, dass wir selber ja auch mal jung waren. Und man muss bei diesen jungen Menschen Bilder erzeugen. Das heißt, die müssen auch was erleben. Die müssen was sehen, damit sie einfach auch Dinge verstehen, Wege verstehen, Wege sehen. Und da ist es ganz, ganz, ganz bedeutend, diese jungen Menschen auch aus ihrer Lebenswelt ein Stück weit rauszuholen, ein Stück weit die Tür aufzumachen und zu sagen, schau mal da rein, da könntest du auch rein. So sieht es da aus, gar nicht so schlimm. Und was dahinter kommt, ist ein ganz anderes Leben. Und darauf reagieren die jungen Menschen. Weil sobald die Bilder entstehen, sobald man eine Fantasie hat, sobald man hier ist, die Hochschule sieht, dann auf einmal jemanden kennenlernt, verliert man die Angst. Ich rede jetzt mal von jungen Menschen aus sogenannten Nicht-Akademiker-Familien, Arbeiter-Familien und so weiter, die von sich aus nicht an die Hochschule kommen, aber das Zeug hätten. Da geht es um eine emotionale Information. Man muss da sehr viel Selbstbewusstsein aufbauen. Man muss sehr viel auch an Visionen entwickeln. Diese Visionen sind wichtig, weil von diesen Visionen, da ernähren die sich, da entsteht Motivation. Wenn ich weiß, ich könnte irgendwann mal vielleicht in Amerika arbeiten, wenn ich Wirtschaft studiere und Praktikas mache, ein Auslandssemester mache, man muss eine gewisse Begeisterung bei diesen jungen Menschen noch wecken. Wir haben es mit jungen Menschen zu tun, die emotional offen sind. Die kann man begeistern für Themen. Die sollte man auch begeistern können für ihre Zukunft. Und wenn man es nicht schafft, diesen Alltag zu durchbrechen bei diesen jungen Menschen, wenn man diese Vision in den Köpfen nicht setzen kann, wird das natürlich schwierig. Das wird dann aufgenommen. Okay, alles klar, ich mache das. Aber wir wollen ja Jugendliche haben, die brennen, die man anzünden kann. Und die gibt es. Es ist einfach in der Natur des Menschen so, dass die in dem Alter einfach für Themen zu begeistern sind. Und da setzen wir an. Wir versuchen, den jungen Menschen auch klarzumachen, was es für sie bedeuten könnte, diesen Weg zu gehen. Dass es sich lohnt zu investieren und dass wir an sie glauben. Sie werden von mir nie hören, du schaffst es nicht. Das gibt es gar nicht. Das sage ich nicht. Natürlich gibt es junge Menschen, die es nicht schaffen. Aber diesen Prozess müssen sie selber durchleben. Es ist sehr, sehr schwierig, diese Gespräche zu führen, auch wenn das von außen einfach aussieht. Wissen Sie warum? Weil jedes Wort, was ich sage, ich bin ein Offizieller. Ich bin ein Offizieller einer Hochschule und in den Augen dieser jungen Menschen eine Person, die es wissen müsste. Wenn ich sage, du schaffst es nicht, aus der Laune heraus, das kann dazu führen, dass dieser junge Mensch einknickt. Andersherum, jedes positive Wort wird aufgesaugt. Und führt dazu, dass das Selbstbewusstsein gestärkt wird. Und das fehlt teilweise zu Hause. Nicht, weil die Eltern es böse meinen oder es nicht wollen, sondern für die Eltern ist das auch ein abstrakter Bereich. Und dieses Selbstbewusstsein, auch diese Kultur des Übergangs und zum Beispiel auch das Thema Stipendien und so weiter. Also es gibt ganz, ganz, ganz viele Themen, die man nicht von zu Hause mitbekommt, wenn man nicht aus einer Akademikerfamilie kommt. Und da ist es unsere Aufgabe, emotional zu informieren und auch zu begeistern für dieses Thema. Klar zu machen, das, was du in Physik machst, entscheidet auch später über deinen Erfolg im Studium. Wenn du kein, nicht ordentlich Deutsch schreiben kannst, weil du die Grammatik irgendwie nicht gelernt hast. Es gibt Möglichkeiten. Unser Bildungssystem kann man versuchen, schlecht zu reden. Hat ja auch einige Baustellen. Aber wir haben auch ganz viele Instrumente und man muss die jungen Menschen, die Schüler auch manchmal hinführen zu diesen Instrumenten. Sie dabei überzeugen. Also wir tragen niemanden zum Jagen. Wir wollen fair sein, wir wollen aber Leistung sehen. Wir wollen Gerechtigkeit im Bildungssystem haben, aber wir wollen eine exzellente Bildung haben. Das ist keine Karnevalssüßigkeitenwerferei oder sowas, sondern es geht wirklich darum, Leistung aus bestimmten oder schwierigen Lebenskontexten entstehen zu lassen. Eine chemische Formel, wenn Sie wollen. Wir intervenieren in den Lebenskontext, versuchen Schicksale zu korrigieren, um es mal ein bisschen pathetisch auszudrücken. Das finanzielle Thema. Das wird ja so abgetan. Es gibt ja BAföG, ja. Aber BAföG bedeutet für diese jungen Menschen, die teilweise aus finanziell schwächeren Familien kommen, sich zu verschulden. Die verstehen das ja nicht. Es ist schwer zu erklären, dass man in Bildung investiert, sich teilweise für Bildung, die eigene Bildung auch verschuldet. Das ist in manchen Milieus schwer zu vermitteln. Sie haben natürlich auch bei jungen Menschen, die aus einer Hartz-IV-Familie kommen, das wird ja teilweise angerechnet oder wurde mal angerechnet. Das ist natürlich nochmal so ein Thema, was dann tatsächlich zu einer kritischen Entscheidung führt, wo dann so ein junger Mensch sagt, ich weiß nicht, ob ich ein Studium aufnehmen sollte. Und bedenken Sie immer dabei, es geht hier um einen langen Prozess. Wir haben hier einen 17-, 18-Jährigen und einen Prozess, der drei, vier, fünf, sechs Jahre geht, der was kostet. Dieser Prozess kostet was. Finanziell, Geduld, Zeit und so weiter. Und das sind alles auch Barrieren, die in den Köpfen der jungen Menschen entstehen auch. Und da muss man wirklich sehr viel begleitend auch machen. Das heißt, die Information nur zu geben reicht nicht. Man muss oft die Information erklären und sagen, was ist BAföG. So musst du das machen. Man muss auch mal einen Telefonhörer in die Hand nehmen und selber für diese jungen Menschen beim BAföG-Amt anrufen und sagen, komm, du kriegst einen Termin, du gehst da hin und lässt dir das erklären. Zur Not nimmst du deine Eltern mit. Also so banal ist das manchmal. Das hört sich vielleicht wirklich einfach an, aber das sind Entscheidungsgrundlagen, die junge Menschen daran hindern, ein Studium aufzunehmen. So ist das. Wir sind dann in den Schulen und haben Beratungstermine mit einzelnen Schülern. Diese werden von den Lehrern organisiert. Das heißt, die Lehrer sind unsere Augen und unsere Ohren vor Ort. Gemeinsam klären wir ab, wer in die Talentförderung reinkommt, in das Gespräch reinkommt. Es besteht auch die Möglichkeit, dass einzelne Schüler da reinkommen und sagen, ich möchte da unbedingt dran teilnehmen. Die Möglichkeit gibt es auch. Dann ist es so, dass wir ein Aufnahmegespräch führen und dieses Gespräch auch protokollieren. Und das Wichtige ist für uns, einen Eindruck von diesem Schüler zu bekommen. Und da sitzt kein Lehrer dabei, da sitzt auch kein anderer Schüler normalerweise dabei. Das ist ein Einzelgespräch. Wir machen auch größere Informationsveranstaltungen, aber das Kerngeschäft des Scoutings, der Talentförderung, das ist erstmal ein individuelles Gespräch. Das ist ganz wichtig, dass das biografisch, ein biografischer Ansatz ist, dass wir uns wirklich diesen Lebenskontext des Einzelnen genau anschauen. Und da wird so eine Art Interviewgespräch geführt. Wir protokollieren jedes Gespräch. Was haben wir besprochen? Worum geht es? Und da kommen natürlich unterschiedliche Dinge zum Vorschein. Der eine hat das Thema Stipendium, der andere hat das Thema Motivation, der andere hat alles. Ich kann von dort aus die jungen Menschen dann entweder in die Stipendiumberatung begleiten oder dort anrufen, Termine vereinbaren. Was weiß ich, für die jungen Menschen, die im Bereich Schreibkompetenzprobleme haben, dort Angebote raussuchen und auch dorthin begleiten. Das heißt, dieses Coaching ist wirklich auf Augenhöhe auch wiederum mit den jungen Menschen. Also da geht es nicht darum, diese jungen Menschen zu belehren, sondern Vertrauen zu schaffen. Also wir müssen Vertrauen schaffen. Ohne eine Basis des Vertrauens öffnen sich die jungen Menschen nicht. Und wenn sie sich nicht öffnen, dann kann man manchmal nicht tief genug schauen, um vielleicht Defizit und Hürden zu erkennen, die sich vielleicht im Privaten ergeben haben. Und das heißt, es ist irgendwo auch eine persönliche, intensive, und jetzt kommt der Zeitfaktor, ein langwieriger Prozess. Mit einem Gespräch können sie oft nicht viel bewirken. Das heißt, sie müssen mehrere Gespräche führen, sie begleiten, also im Idealfall begleiten wir sie von der 10. Klasse, 11. Klasse bis hin zum Studium. Wir haben ca. 500 junge Menschen in der Datenbank. Es ist nicht so, dass wir mit jedem jeden Tag reden. Das schaffen wir ja gar nicht. Da sind die Intensitäten auch ganz anders. Es gibt junge Menschen, mit denen telefoniere ich fast wöchentlich. Über WhatsApp, über Facebook, über Mail, über Telefon, über Probleme. Ich habe eine 1 bekommen, ich habe gerade ein Defizit bekommen, dann muss man den aufmachen. Klar, diese intensive Arbeit gibt es. Das sind ungefähr, wenn man es so hundert von diesen 500, die sozusagen die Kerngruppe darstellen. Und dann gibt es junge Menschen, die je nach Bedarf vorbeikommen, die dann ganz genau wissen, wenn ich beispielsweise das Thema Auslandsaufenthalt habe oder ein Auslandspraktikum habe, dann weiß ich, wo ich hingehen kann. Dann rufen die an oder kommen vorbei. Und das ist ganz wichtig. Jeder nimmt sich das raus, was er braucht. Und was ganz wichtig ist, wir schließen nie die Türen. Sagen nicht, so, du warst jetzt zweimal nicht da. Da gibt es natürlich Konsequenzen. Also wenn jemand mehrere Termine absagt, dann wird erst mal Pause gemacht. Aber Fakt ist, die jungen Menschen müssen einfach eins kapieren. Sie können immer zu uns kommen, egal was passiert. Auch wenn sie fünfmal versagt haben, können sie immer noch in die Talentförderung kommen. Und beharrlich darauf bestehen, ihr Ziel, ein Studium aufzunehmen, verfolgen. Da begleiten wir sie.